Hallo liebe Fußballfreunde, 2. Bundesliga, 14 Spieltag, Samstag, 29.10.2020, 13 Uhr. RSFC Kaiserslautern gegen RSFC Nürnberg, RSFC N, 0 zu 0. Startelf von RSFC Kaiserslautern. Maximilien, Marlon Ritter, Devence Beuth, RSFC Kaiserslautern, Mike Wunderlich, Aaron Abu, Lex Tiger, Philipp Hesher, Hikmet Schiff 3, Daniel Hanslik, Aufdruck Spahitsch, Dominik Schatz, Lars Bruning, RSFC Nürnberg, Startelf. Christian Markindia, Jan Marz, Lovike, Jan Rebina, Christoph Herr, Startelf von RSFC Nürnberg, Christian Markindia, Yamis, Lovike, Jan, Grima, Christoph Herr, Schiedler, Mats, Höhler, Mani, Leonow, Tillemann, Fabian, Burgbeger, Erich, Jynas, Kassop, Johannes Geis, Kvavo, Dua, Lukas, Schiedler. Reservierer Bank von SFC Nürnberg. Kai, Klaus, Vanik, Karko. 13.17 Uhr.